Intro Herzlich Willkommen Leute zu einem Video zu dem Mobile Game Battlejack Ein Mobile Game Genre, mit dem ich sehr viel anfangen kann Weil dieses Genre auch in meiner Freizeit ein bisschen Zeit einnimmt Zwar noch nicht mit Battlejack, aber das kann sich ja gegebenenfalls noch ändern Ich zeige euch heute in einem Video einmal das Spiel Dann könnt ihr euch das Ganze noch in Ruhe anschauen Und dann gibt es natürlich nächste Woche auch noch ein zweites Video mit einem kleinen Fazit In Battlejack fangen wir nicht im Tutorial an, denn ich habe hier bereits ein klein bisschen gespielt Und ja, ich möchte euch das einmal ganz kurz erklären Dann gehen wir auf die Feinheiten ein und dann gehen wir ein bisschen weiter Warum ich am Anfang gesagt habe, dass ich mit dem Genre ein bisschen was anfangen kann Liegt daran, dass ich ein ähnliches Spiel bereits privat um die Gamescom-Zeit Wo ich sehr viel unterwegs war, sehr viel privat gespielt habe Und zwar Dokkan Battle, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch Und Battlejack bedient sich vieler Elemente aus diesem Spiel oder aus diesem Genre Es gibt ja wahrscheinlich mehrere davon, beziehungsweise es gibt mehrere davon Und das ist ein Genre, was ich sehr sehr mag Es geht erstmal darum, sein eigenes Team aufzubauen mit einer Handvoll Fantasy-Wesen Ja, die man alle hier in dem Spiel fangen kann Und am einfachsten ist es einfach, wenn wir eine Runde spielen Ich bin mittlerweile bei Tempel des Lichts, das ist die vierte Welt Ähm, man kann jede Welt in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden machen Also wenn man einmal durch ist, fängt man wieder in Nordwind an auf einem höheren Schwierigkeitsgrad Man hat seine Weekly-Quests und so weiter und so fort Wir gehen einfach mal in den Hochwald Ähm Denn den Hochwald kann man gut farmen Und ich wähle das Boss-Level aus Jetzt sucht man sich noch einen Gehilfen aus Das ist ein Random-Mitspieler, den es gibt Freunde werden bevorzugt angezeigt Und der geht sozusagen mit auf das Abenteuer Als NPC-Charakter, der mir hilft So, das ist jetzt das Spiel-Menü Es läuft erstmal kein Timer ab Von daher kein Problem, hier sich mal umzuschauen Wir haben zwei Gegner in der ersten Ebene oben Ich möchte kein Item benutzen, das könnte ich unten machen Und ihr seht unten mein Team Da haben wir einmal den schönen Drachen hier Die nenne der Dame Den Eisgolem und unseren Helfer von Grad Die kann man sich auch noch alles in groß anzeigen lassen Mit Fähigkeiten und Co Oben links seht ihr das Element Mein Drache ist Feuer Die Dame ist Erde, also Wald, Pflanze Wie man sagen möchte Und die anderen beiden sind Wasser Also Feuer, Erde, Wasser Sind die drei Elemente des Spiels Unsere Gegner Der Steintroll ist Erde Und der Blob ist Feuer Werden also von unterschiedlichen Monstern Bevorzugt gut an oder schlecht angegriffen Ihr seht, mein Feuerdrache Macht gegen den Steintroll gut Schaden Die beiden Wassermonster eher weniger Bei den Flammendingen sind die Wasserdinger natürlich wieder ganz gut Bevor ich mich jetzt also entscheide, wen ich angreife Gebe ich mir ein paar Karten Ähm, es geht bis 21 17 und 4 Blackjack, Battlejack Wie man es auch sagen möchte Und, äh, meine Karten Sagen meinen Angriff voraus 10 Feuer und 10 Wasser Also ich habe eine Wasser- und eine Feuerkarte gezogen Trifft natürlich jetzt beides gut zu Ja, wenn ich den Blob angreifen würde Würden die Wasserdinger mehr Damage machen Da der Blob in einer Runde angreift Das sieht man unten rechts an der 1 Und der Troll in 2 Greife ich gezielt erstmal den Blob an Und alles was überbleibt geht auf den Troll Ja, vor allem weil ich halt eine Wasserkarte gezogen habe Und zwei davon profitieren Ich könnte eine weitere Karte ziehen Habe aber schon 19 zusammen Und wenn ich überziehe Ist der Gegner dran Beziehungsweise eine Runde wird geskippt Das heißt, wenn ich eine 19 habe Spiele ich sie aus Und drücke auf Kampf Meine Monster greifen an So, der Troll ist dadurch wütend geworden Leider Das ist so ein Special Effect Den er hat Und wenn er wütend ist Greift er jede Runde an Wenn er nicht Enrage gegangen wäre Hätte ich noch einen Zug Zeit gehabt Jetzt ziehe ich mir wieder ein paar Karten Okay, 13 Ziehe ich noch eine 20 20 ist gut Ich kann nur den einen angreifen Mein Pflanzentyp ist auf den neutral Ja, mache ich relativ wenig Schaden Die Wassertypen machen sehr wenig Ähm, halt benachteiligt Schaden Mein Feuertyp würde gut Damage machen Bekommt aber durch die Karten keinen Bonus Ja, deswegen ist der Troll auch nochmal dran 12 Ass zählt als 1 oder 11 In dem Fall funktioniert die 1 16 Lassen wir das 3 Wasserkarten gibt ein Boni Ja, 3 mal 3 blaue Karten Deswegen Lockerer Angriff Auf den Troll Spielprinzip also relativ einfach Später kommt noch Licht und Unlicht dazu Und so weiter und so fort Ähm Und jetzt die neuen Gegner Feuer, Feuer und Erde Wasserkarten werden sich gut Wir haben jetzt 2 mal grüne Karten gezogen Auf den greifen wir neutral an Bei dem Ne, ihr kennt das Ganze jetzt Da die Gegner hier aber relativ schwach sind Weil wir das Ganze nur zum Zeigen machen Nehme ich mir erstmal den stärksten Gegner Obwohl das ein bisschen blöd war Weil der hätte noch eine Runde gebraucht zum Angreifen Überzogen Mobs sind wieder dran 13 21 Perfekt, dass es jetzt kommt Battlejack Alle kriegen fetten Bonus 21 ist der Obershit Und da werden die halt komplett auseinandergenommen Jetzt hat der eine Mob eine Karte gedroppt Und das ist das Geile an dem Spiel Man kann nämlich jedes Monster gegen das man kämpft Gegebenenfalls einfangen Und dafür benötigen wir Die Karte Die das Monster fallen lässt Immer 19er Turns Jetzt greift er uns einmal an Schon wieder 19er Turn Und die Karte Auch wie diese hier Können wir am Ende Sofern wir das Level abschließen Bekommen Und als eigenen Charakter Held mit dazunehmen Und leveln Ähm Überzogen Jetzt geht's gut auf die Schnauze Ähm Ihr seht jetzt noch Die besonderen Fähigkeiten Unten links An den Charaktersymbolen Unser Helfertyp Gewährt mir ein Wasserass Wenn seine Fähigkeit voll ist Hat 8 Runden Abkriegenzeit Ja Von daher Ähm Ziehen wir erstmal 14 14 16 Jetzt perfekt Es fehlt ein Eine Karte fehlt Jetzt spiele ich die Fähigkeit Wasserass Und zack Ziehe ich das Ass Kommen damit auf 21 Battlejack Wir greifen jetzt erstmal den großen an Obwohl durch den Battlejack so viel Damage kommt Dass gerade die hier in dem Low-Level-Bereich Alle drauf gehen Und wir ziehen ein bisschen weiter So Gleich sind wir beim Bosskampf Und ich will das Ganze auch abschließen Weil wir ein paar neue Monster wieder bekommen haben Äh 16 Gibt einen Bonus Greife ich gezielt den Feuerblob an Gut Hat noch gereicht für den 12 15 Es reicht gerade nicht für die Elfe 22 Und da gibt es wieder Damage Es gibt natürlich auch Heiler 18 Ich könnte jetzt meinen Feuerass spielen Das hat nämlich meinen Drache Ansonsten habe ich hier eine Schildfähigkeit Und hier ebenfalls Ähm Aber Der Damage reicht für die Und jetzt ist eigentlich egal was ich ziehe Die hat eh nur noch ein Leben gehabt Schnell die Kiste noch gelootet Mit dem Finger drauf drücken Und Jetzt kommt Bosskampf So Und auch die Bosse kann man bekommen Die habe ich aber schon Ich habe schon mein Drachendeck 18 Damage Der Boss ist Pflanze Und Wasser ist weak dagegen Das heißt absolut gar keinen Schaden Jetzt spielen wir das Feuerass 21 Mit Feuerboost Halben HP Balken weg So Da der Drache nicht besonders schwach ist Spielen wir Erdschild Und Lederhaut Als Defensefähigkeiten für mich Oh ja Ich wollte zu viel So Durch meinen Schild Geht er gerade nicht durch 18 Damage Zweimal Feuer Ist gut Grinden Grinden Ha Wo ist das Herz der Karten 19 Damage Feuer Schild ist gebrochen Überzogen Ja 16 Ja 16 16 19 Ich könnte Wasserass spielen Es reicht dann glaube ich auch so vom Damage her Und da geht er down Ching Ching So Wir haben gewonnen Ja Wir könnten jetzt den Typen Den ich als Hilfe mitgenommen habe Auf die Freundesliste packen Habe ich jetzt mal in dem Fall nicht gemacht Hier sind alle Karten Die wir gefunden haben Und da war einmal dieser hier bei Das ist gut Denn die Erdgeister Die sind immer dafür da Geister findet man häufig tief im geheimen Wald Die sind sehr scheu Und zeigen sich selten Man kann mit ihnen andere Hälte entwickeln Das sind so ein bisschen so Entwicklungsmonster Die man gut immer nehmen kann Und Ja der Boss selber war auch mit dabei Raziel Der jungen Drache Ist natürlich Pflanze Hat mehrere Fähigkeiten Ist schon Stärke 3 Also Nehmen wir einfach mal 3 Sterne Monster Das ist schon ein bisschen besser Und damit gehen wir jetzt zurück So Bei mir ich habe eine Quest abgeschlossen Zack Monster sammeln In Dungeons Kisten öffnen gerade Die kann man natürlich mit Echtgeld beschleunigen Bei mir öffnet noch eine Das dauert noch ein bisschen Man kann 4 Stück insgesamt auf Tasche haben Ansonsten kriegt man erstmal keine neuen Das ist unser Heldendeck Ich kann mal die Gruppe ändern Und nehme mal alle raus Jetzt sind wir hier unten Alle Karten Die ich bereits habe Ich habe schon ein paar Level 19er Monster Diesen schönen Golem hier Den habe ich aus einer Case gezogen Warte ich den machen wir hier erstmal Nehmen wir mal irgendeinen kurz Kann man sich den besser anschauen Der Schneegolia Tiny Den habe ich aus einer Kiste bekommen Die ich gerade öffnen konnte Der braucht Der ist 4 Sterne Monster Das ist ziemlich gut Der hat auch einen Mörderangriff Der braucht aber eine Gruppengröße von 10 Das heißt er benötigt 10 Slots in meinem Team Je mehr Sterne und je stärker das Monster Desto mehr Slots im Team belegt er Ich kann momentan 17 mitnehmen Wenn ich alleine den hier schon reinpacke Ist 10 da schon weg davon Das heißt ich könnte maximal mein Team so aufbauen Jetzt hätte ich alles einmal dabei Feuer, Wasser, Erde Kein Licht, kein Unlicht Aber das Team ist erstmal voll Das kann sich natürlich später noch ändern Hat momentan eine Stärke von 740 Nehme ich aber erstmal raus Ich pack Wer hatte ich gerade eigentlich dabei Feuerdrache hatte ich als Main Dann kam ich dazu War Tiny dann dabei? War das mein Team? Ich glaube schon oder? Ich glaube Tiny war sowieso schon mit drin Ja Tiny war schon mit drin Das ist sogar mein Team gewesen Ich nehme jetzt mal hier kurz Ich habe sonst noch hier Ein Element Licht Also ein Lichtcharakter Ist gegen Dunkelheit gut Also ne Feuer gegen Pflanze Pflanze gegen Wasser Wasser gegen Feuer Licht gegen Unlicht Und so weiter und so fort Die habe ich erstmal behalten Und ja jetzt könnte ich die noch leveln Momentan sehr schwach ist Ja mein Feuerdrache Jetzt könnte ich andere Monster da reinpumpen Die die ich zum Beispiel nicht mehr brauche Nehme ich mal die Ja komm kriegst du den und den noch Und das kostet natürlich Geld Das ist aber alles gar nicht so günstig Ich packe erstmal die drei mit rein Kommt in die Fusion Dadurch wird mein Jungdrache ein bisschen stärker Ja level 10 war eigentlich mein Ziel gewesen Damit ich Tiny halt noch pushen kann Ähm Die anderen die ihr da seht Die wollte ich eigentlich behalten Ich könnte theoretisch den Drachen noch in Tiny packen Oh hier habe ich den Drachen doppelt Nehme ich den auf jeden Fall Ja level 11 So jetzt kann ich Tiny nochmal boosten 3000 Gold habe ich noch Da kommen die Trolle eben rein Und äh ja die Drachen behalte ich einfach mal Ich hatte auch mal mein Drachendeck Feuerdrache Walddrache Und Wasserdrache Die hatte ich alle mal in einem gehabt Das ist ganz cool Die anderen sind zum entwickeln da Die beiden Waldgeister Und ja die eine Fee hier fand ich eigentlich ganz cool Die kann aber jetzt eigentlich mal weg Und damit wird Tiny jetzt gepusht Ja ist Tiny wenigstens level 9 geworden Ja Später mit Schriftrollen kann man auch noch andere Fähigkeiten lernen Die bekommt man aus Kisten Ich glaube ich kann sogar noch welche gerade es öffnen Ähm das Spiel könnt ihr übrigens auf Android und iOS spielen Und ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung Die Gilde Troubletown ist momentan einfach auf öffentlich Die habe ich einfach aufgemacht weil ich es gerade konnte Weil man dadurch nämlich auch was bekommen kann durch Gildensinger Ähm ich habe sie einfach auf Public gemacht Tretet einfach bei Lustigerweise sind schon zwei Leute drin Und ähm ja wenn ihr Bock habt spielt einfach ein bisschen mit Ähm das ist halt so ein Spiel was man schön nebenbei spielen kann Ihr habt gerade übrigens automatisches Kämpfen gesehen im Kampf Das geht nur bei Leveln die man bereits geschafft hat Wenn man noch irgendwas nachfahren muss oder noch ein gezieltes Monster haben will Ich habe ihn jetzt extra aufgehoben Obwohl ich da nie abwarten kann Ähm ich habe zwei seltene Belohnungen bekommen Dass ich gratis eine Kiste öffnen kann Und das machen wir jetzt einmal zusammen Jetzt habe ich einen gratis Case benutzt Und jetzt kriegen wir ein Monster Und ich hoffe wir kriegen ein gutes Dunkellichtritterin Lillis Drei Sterne Monster und Licht Das ist ziemlich nice Sie ist cool Und ich zeige euch gleich noch den Puck Deck sozusagen Was es alles gibt Machen wir noch die zweite auf Drei Sterne Tiny hat vier Ja trotzdem schon mal ganz nice Nächste Kiste Oh was ist das Oh das sieht gut aus oder Holy Shit Legendärkrieger Vlad Vladdy Der muss bestimmt mega viel abziehen Ähm Element Wasser Ja ist klar Ein Fünf Sterne Monster Gruppengröße 12 Vladdy ey Awesome Okay cool Packen wir das erstmal ein Dann haben wir noch Ehrenkarten Davon kann ich drei Stück eben holen Die sind gut zum Buffen und zum Entwickeln Ja Oder zum Verkaufen gegebenenfalls Oh Alter Nachtmahl Ja Gucken wir uns die gleich auch mal an So Jetzt kann man hier natürlich sonst weiter für Echtgeld kaufen Habe kein Echtgeld bis dato ausgegeben Das waren alles Sachen die ich ingame freigeschalten habe Und ja Zum Entwickeln fehlt mir natürlich jetzt Geld Da muss man immer ein bisschen aufpassen Zur Not kann man auch Monster verkaufen Aber Ihr seht schon Ähm Ich hab schon einige Monster Und ich war schon so blöd Und hab mehr Monster gelevelt als ich eigentlich haben wollte Ich dachte mir Och Gott Ich hab alle drei Drachen zusammengefarmt Mach ich da Hab da viel reingesteckt Ja es war alles blöd Man sollte sie erstmal auf die Monster eher spielen Die man gerne hätte Ähm Schauen wir einfach mal Krieger Vlad Gruppengröße 12 Äh Hat als Fähigkeit Erhöht LP von Wasserhelden um 80% Holy Shit Gute Wasserdeck könnte man da machen Äh Dunkelritter Äh Dunkelritterin Lille Ähm Ist natürlich Fähigkeit Finsternis Also ich nenn's Unlicht Ja ist gegen Lichtmonster gut Die negieren sich da so ein klein bisschen Ähm Der ist eigentlich auch nicht schlecht Gruppengröße 5 Das ist eigentlich ziemlich awesome Er leidet bei Angriffen die nicht durchdringen sind Weniger Schaden Hat keinen Erholungswert Immun gegen Stille Nahkampf Äh Einzel nicht Also 21 Blackjack gewährt Dunklen Helden Eine Runde lang Angriff Mal 2 Die ist auch ganz nice Aber was ist hier Nightmare Nightmare ist auch Unlicht Ja Ähm Fuß Auch nicht übel Äh So ein Unlicht Deck Ich brauche unbedingt Ingame Gold Damit ich weiter pushen kann Diese Geister hier zum Beispiel Der ist mit einem Level 1 Max Level Ja Man sagt dass die Glocke ein signifikantes Ereignis ist Hiermit lassen sich andere Karten entwickeln Das ist so eine Entwicklungskarte Man kann später Wenn die Monster weit genug sind Hier zum Beispiel Könnte ich Adele auf 2 Sterne pushen Für 15.000 Gold Weil ich diesen grünen Geist habe Den hier Man braucht unterschiedliche Geister Um zum Beispiel zu pushen Hier bräuchte ich noch den und den Dann wird er auf 3 Sterne gepusht werden Und so weiter und so fort Deswegen versuche ich die ein bisschen zu behalten Man kann aber nicht allzu viele mitnehmen Ähm Ähm Ändern wir mal die Gruppe Und gehen nochmal in den Kampf Boah Wen nehme ich mit Die sind alle Level 1 halt noch Ne Wie wird das aussehen Das Deck Wäre schon voll Mit den beiden wäre das schon voll Mit Lilith und Dann hätte ich Dann würden mir alle Feuerkarten und sowas Nichts bringen Suckt halt hart Ja Später Ähm Nightmare ist auch awesome 21 gewährt Allen Helden Eine Runde lang 60% Angriff Der ist sogar ganz geil Wenn ich den mit rein bekomme Der hat Gruppengröße 3 Ja Alleine wenn ich jetzt Feuerdrache Tiny und mein Habe ich keine Gruppengröße mehr Nightmare müsste als vierter Character mit rein Also im Optimalfall wäre es jetzt Gerade so ein bisschen Du vorne Dann du Dann du Und dann Nightmare Hätte ich sogar noch zwei verschenkt Aber so hätten alle was davon Leider ist der Drache gerade nicht stark genug Ja Und so funktioniert das halt Wir packen mal Tiny mit rein Schließen das erstmal so ab Ja Und Das war trotzdem ganz cool Gehe nochmal in eine Mission Kann ich mich eigentlich schon hier reinwagen Oder bin ich noch Ich habe 1014 Stärke gerade Ich muss eh noch farmen und pushen Ähm Deswegen nochmal zurück Hier gibt es dann ein Einhorn und ein Adler Es gibt immer noch so viele Monster Ähm Machen wir einmal den Wald Endboss Da kann man Ja der Wald Endboss ist gut zu farmen Äh Wald Dann nehme ich einen Feuertypen mit Als Gehilfen Je mehr Feuer Damage Je besser im Wald Und jetzt haben wir gerade richtig hart reingelackt Oh falsch Moment Moment Bin ich im Bin ich im falschen Gebiet Ich hoffe ich habe es jetzt nicht verkackt Aber Tiny räumt da gut auf Oh Alter Ich habe ein starkes Monster am Stüssel 20 in Feuer Damit kann ich auch den weg snipen Ja hier gehen wir gut durch Ist jetzt noch keine Karte gedroppt Da der Geist wäre wieder gut Wenn wir den irgendwie ansnipen könnten 21 Ich kann den nicht direkt targeten Das heißt er muss passiv down gehen So oder halt der letzte Lebende sein Zweimal Battlejack Nice Und den Geist bekommen Wie gesagt zum Upgraden von Hayden Ist er top notch Deswegen Das war ganz sick gewesen Eine schöne 20 Ich will den nicht enragen Denn jetzt braucht er gerade noch 3 Züge Bis der um mich angreift So mit Battlejack kann ich den direkt wegklatschen Deswegen hat der Große mich gar nicht angegriffen Volles Leben Bosskampf Yo Alles klar Überzogen Überzogen Okay Kartenglück Alter Choke Noch keine Fähigkeit ready Sonst hätte ich Feuer Ass gespielt Das gibt es nicht Ja okay Zwei Feuermonster dabei Mit einem Battlejack Na hält auch der Boss in Level 2 nichts mehr aus Puh Ja und jetzt müsste ich leider meine Monster stärker machen Die Gilde hat mich halt 20.000 Gold gekostet Und damit könnte man eigentlich echt gut seine Monster pushen Deswegen da habe ich hart Da habe ich hart einstecken müssen Äh Was meinen eigenen Fortschritt angeht Leider Ähm Was ich jetzt halt noch machen könnte Ich gehe ins Heldenmenü Und Ich kann theoretisch verkaufen Es gibt manchmal so einen goldenen Käfer Das seht ihr hier Wenn man dann farmen muss Äh Story In den Wald rein Da seht ihr Genau Seltene Beute Das mittlere Ding Dieser Goldkäfer Wenn man die Karte bekommt Den kann man halt richtig richtig gut verkaufen Ja hier steht auch Diesen seltene Kreaturmarscher Herkunft Wird meist verkauft Oder gegen Gold gespendet Das ist immer ein guter Boost Wenn man dann gerade wieder Kohle braucht Ähm Auch das Wie gesagt das gibt es alles in anderen Spielen Aber ich mag das Genre halt Das ist Das macht mir Spaß Ähm Gott Ich habe echt gute Monster gerade am Stissel Mit 200 Gold kann ich halt nichts tun Wie viele geben die mir denn wenn ich die verkaufe Die Geister geben 100 Der gibt schon mal 300 Der würde 1000 geben Der würde 5000 geben Aber ich will doch kein legendäres Monster abgeben Er ist halt fucking Level 1 gerade Ich müsste sie eigentlich nochmal Ich müsste mir ein Low Level Deck spielen Ja Und dann Einmal nochmal von vorne durchrushen Und alles was ich bekomme Verkaufen Was sich zu verkaufen lohnt Vor allem Gerade auch die etwas stärkeren Der ist jetzt schon Der gibt 3400 Gold Ja Ich könnte natürlich zum Pushen benutzen Oder ich hau den halt direkt weg Wenn ich mich bei jeder Fraktion Auf einen Monster Äh Fokussiere Könnte ich halt dann verkaufen Aber das sind Sachen Damit setze ich mich gleich noch auseinander In Ruhe Weil ich bin von meinem Luck of the Draw heute echt begeistert Krieger Vlad sieht awesome aus Aber noch geiler finde ich meine Unlichtleute Dunkelritterin Lilis Die gefällt mir zum Beispiel sehr gut Hat auch noch eine 5er Gruppengröße Und ich hab sogar eine dunkle Schriftrolle Ich könnte Lebensentzug skillen Als Fähigkeit Ähm Aber die behalte ich erstmal auf Ja Wenn ich zwei Böse Also zwei Dunkel die ich dabei hab Kann ich sogar Combo Verringert LP Die Gegner um 30% Negiert Elemente und Abwehr Abklingzeit 15 Runden Ja Das erstmal zu Battlejack Leute Ein Meiner Meinung nach sehr sehr cooles Spiel Ihr bekommt am Anfang wie gesagt Eine Kiste sowieso umsonst Bei mir Da wird ein Ich denke da wird ein 3-4 Sterne Monster drin sein Safe Ähm Ich glaube So ist das bei anderen Spielen immer Und da hab ich den Schneegoliatani bekommen Und Ähm Ja Vielleicht wenn ihr anfangen solltet Der Link ist unter der Videobeschreibung Schreibt mir doch mal Wen ihr gezogen habt Und sofern noch Platz in der Gilde ist Leute Troubletown Ja Wie gesagt Ein paar Leute sind reingekommen Die Der Morgan Morgan Der Morganen Oder Und Arslic Sind der Gilde beigetreten Wie gesagt Es passen 30 Leute glaube ich rein Äh Ich weiß gar nicht ob die auch Garten noch spielen Na guck mal Der hat auch Schlägerwlad Aber der hat den nicht in Legendär Ich hab den in Legendary glaube ich gezogen Und der fand da schon 40 online Und da kann man halt immer so gucken was die machen Der hat hier Anzahl der Karten die der Gilde gespendet wurden Der hat auch die Die haben die Gilde auch schon ein bisschen gepusht Hab keine Ahnung was man damit noch machen kann Das will ich noch rausfinden Wie gesagt es passen 30 Leute rein Das wird natürlich relativ schnell voll werden Vielleicht macht ihr noch Troubletown 2 Dann kann ich vielleicht Was ist eine Fusion anfordern Ich hab ein bisschen Angst Kann ich da mit Monster fusionieren Ich mach's einfach mal nur mit dem Weil ich grad Angst darum hab Tägliche Spende 0 von 7 Kann ich jetzt mit anderen fusionieren Kann jetzt andere Leute Was damit machen Oh da ist natürlich der Chat Ja okay klar Man kann auch miteinander reden Ähm Abbrechen Ich hab jetzt keine Ahnung was das ist Ach können jetzt andere Leute mir helfen Das Monster zu pushen Kann ich das wieder rückgängig machen Ich glaube ich könnte die Gilde darum bitten Mit mir mein Monster zu verstärken Also dass die den Dass die da jetzt was reinpumpen Oh Gott Das will ich nicht Nimm ihn zurück Oh Gott Leute wenn ihr das macht Nimm nicht den bitte Ja Da hätte ich eure Hilfe bei anderen gebraucht Scheiß Moment was Was wenn ich den verkaufe Nein der fordert gerade an Mist Oh okay Ich hab das falsche Monster Anfordern lassen War ein bisschen blöd Jetzt wird da ein falscher gepusht Ja Da hab ich ein bisschen Das hab ich verkackt Ähm ja Schaut es euch einfach mal an Der Link ist in der Videobeschreibung Stimmt Eine Sache wollte ich euch noch zeigen Den Dex Der Heldenindex Es gibt 319 unterschiedliche Monster Man will am Anfang natürlich aus Welches Element man haben will Dann gibt es den normalen Blob Und den King Blob immer wieder Also unterschiedliche Entwicklungen Die noch alle kommen werden Und ihr seht hier Die Monster werden noch sehr episch Hier ist zum Beispiel meine Lilis Die hat dann noch weitere Entwicklungsstufen Da ist der Vlad mit 4 Sternen Ja der eine hatte ja gerade 3 gehabt Und so weiter und so fort Hier unten sind dann die Drachen Diese Glückskatzen Und was auch immer Das ist ein relativ cooles Sammelding Finde ich ganz nice Wie gesagt das ist ein Genre Wo ich was anfangen kann Ich werde es weiterspielen Ihr werdet nächste Woche Dann wahrscheinlich einen neuen Fortschritt sehen Das mit der Gilde wurmt mich ein bisschen Aber gut so ist das Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut bis dahin Lasst ein Like da Bis dann Ciao Bis zum nächsten MalRечат Ich glaube es ist dabei